Willkommen bei profischnapp.de in Empfingen. Wir haben hier ein Stück aus dem Hause Himmola, ein Relax-Sessel mit Aufstehhilfe der Spitzenklasse namens Cumulus 7617. Ein Stück aus Kundenstorno, das heißt, Kunde bestellt, Kunde nicht abgenommen. Der Sessel war aber gar nicht beim Kunde, weil sonst hätte ihn Himmola vom Möbelhaus nicht mehr abgenommen. Er wurde also produziert und ist quasi neuwertig. Sie haben schon gesehen, der Sessel hat Rollen. So bleiben Sie beweglich. Der Sessel hat eine Fernbedienung, ganz einfach, wirklich einfach. Als erstes zeige ich Ihnen die Aufstehhilfe. Sie drücken hier drauf und machen nichts. Der Sessel bringt Sie nach oben, schiebt Sie hoch und Sie können dann, wenn Sie oben sind, ganz bequem aufstehen. Jetzt kippt er. Ob das klappt, ja, es macht das Leben einfach leichter, wenn man mitdenkt. Da hat der Techniker echt mitgedacht. Was hier sehr schön ist, jetzt kommt das Fußteil hoch. Das Fußteil ist extrem lang. Ich habe eine extrem lange. Ich hätte es jetzt gerne ein bisschen aufrechter. Okay. Ah, okay, das sind immer beide. Und wenn ich jetzt nur hier drücke, dann geht auch nur der Rücken. Sehen Sie, ich habe auch was gelernt. Dann habe ich hier oben wahrscheinlich, ja, habe ich auch noch ein manuelles Scharnier, wo ich mir das etwas hochholen kann. Also gerade, wenn ich weiter hinten bin. Und der Sessel steht richtig stabil. Also Sie brauchen keine Angst haben wegen der Rollen. Ein tolles Stück voller Bequemlichkeit. Auf Rollen. Wo drücke ich jetzt drauf? Jetzt drücke ich hier drauf. Und alles geht in den Ursprung zurück. Mit viel Technik. Sie brauchen hier ein Stromkabel. Ein Akku ist nicht integriert. Sie haben aber einen riesen Preis verteilt. Und Himmela ist bekannt für technisch saubere Lösungen. Und auch Detailarbeit. Wie hier zum Beispiel die Tasche. Cumulus von Himmela. Ein wunderschöner Sessel. Für jemanden, der die Aufstehhilfe braucht. In einem ganz tollen Torbton. Ich träge das jetzt mal. Ein Stück für Sie. Sie wird mich freuen. Und Tschüss.